kultur kaffee kranz ohne kaffee dafür mit ganz viel kultur auf campus radio karlsruhe hallo und herzlich willkommen zur 22 folge unseres kultur kaffee kranz ich bin jana und ich bin julia und wir haben für euch wieder einige schöne kultur tipps für den mai so dass der frühlingsmonat sicherlich ein highlight für euch wird und nicht nur die veranstaltungstipps lohnen dieses mal wie immer sondern zusätzlich haben wir auch noch eine super spannende interviewpartnerin für euch heute bei uns und zwar geht es um theater und nachhaltigkeit nachhaltiges theater und was gerade an den theatern so alles passiert in diesem bereich also bleibt dran und erfahrt hier mehr und am ende gibt es natürlich wie immer auch noch was zu gewinnen los geht's ja wie julia gerade schon angeteasert hat haben wir heute eine besondere gästin nämlich anna haas vom staatstheater seit der spielzeit 2018 2019 ist sie stellvertretende schauspieldirektorin und dramaturgin am badischen staatstheater in karlsruhe außerdem ist sie mitglied der ag nachhaltigkeit hallo anna schön dass du da bist hallo wir fangen vielleicht einfach mal so an nachhaltigkeit was bedeutet das überhaupt für ein theater worum geht es da oder geht es um verschiedene bereiche also da geht es um energie natürlich das ist der größte größte faktor es geht aber auch um drobenverbrauch wärme kälte klimaanlagen ist ein ganz ganz wichtiger faktor ist auch die publikums mobilität was in so einer klimabilanz gar nicht so viel ausmacht ist die produktion quasi der bühnenbilder aber das ist trotzdem finde ich total wichtig weil ich glaube also wir alle werden in den kommenden jahren versuchen müssen nachhaltiger zu produzieren energie zu sparen unseren co2 abdruck zu reduzieren und unserer gesellschaftspolitische auftrag ist ganz sicher auch auf der bühne davon zu erzählen und ich bin der meinung wenn wir davon erzählen wollen müssen wir auch so produzieren es geht auch um soziale nachhaltigkeit das sind natürlich einerseits die themen auf der bühne andererseits die themen wie wir miteinander arbeiten dass wir nicht zu viel für die tonne produzieren dass wir gucken auch die menschlichen ressourcen gut einzusetzen und auch darüber denken wir viel nach wie ist denn so in der theater szene in den häusern sage ich mal der stand was wird denn gerade schon gemacht also es hat sich während der pandemie sehr sehr viel ergeben also im kulturbereich da haben sich verschiedene gruppen gegründet die sich getroffen haben da hat sich das aktionsnetzwerk nachhaltigkeit gebildet die eine weiterbildung anbieten für menschen aus dem kulturbereich diese weiterbildung habe ich auch gemacht vor einem jahr und da werden dann transformations manager innen für nachhaltigkeit in der kultur ausgebildet und diese menschen davon gibt es jetzt so ein paar hundert vielleicht so drei vierhundert menschen in verschiedenen kulturinstitutionen und die machen sich jetzt gerade daran darüber nachzudenken wie können wir das umsetzen und die bilden auch untereinander ein ganz tolles netzwerk wo wir eben expertisen miteinander austauschen wissen austauschen experten austauschen und miteinander in kontakt treten und was in den letzten jahren eben auch sehr sehr viel passiert ist nicht nur als teil der weiterbildung sondern inzwischen auch als vorgabe ist dass die kultureinrichtungen nach und nach tatsächlich bilanzen erstellen müssen das heißt sie müssen messen wie viel energie sie verbrauchen und auch darin werden wir jetzt schritt für schritt eine expertise entwickeln weil nur dann wenn wir das messen wissen wir auch wo die größten stellschrauben sind wo wir was verändern können frau rot die kulturstaatsministerin hat jetzt auch quasi aus dem aktionsnetzwerk nachhaltigkeit heraus an der anlaufstelle green culture gegründet sozusagen und auch da kann man sich jetzt als kulturinstitution hinwenden wie läuft es denn am badischen staatstheater konkret was macht ihr so naja wir sind noch tatsächlich an den anfängen es gibt schon seit vielen vielen jahren schon vor der pandemie eine nachhaltigkeits ag die sich aus mitarbeitenden des theaters gebildet hat und die ag sieht ihre aufgabe vor allem darin quasi immer wieder in world cafés in gesprächen mit mitarbeitenden rauszufinden was sind die punkte wo ihr konkret gerne was verändern wolltet wo braucht ihr unseren support als ag und die ag versucht dann entsprechende maßnahmen zu entwickeln die mit der theaterleitung abzusprechen und die auch umzusetzen wir haben versucht die druckerzeugnisse zu reduzieren auf anderem papier zu drucken abfall zu vermeiden sind gerade mit alba im gespräch wie wir quasi den abfall den wir trennen auch wirklich dann sinnvoll wie der weg also wo der hingebracht wird sinnvoll und sind mit solchen sachen beschäftigt also im zuge der energiekrise ist in der spielzeit 22 23 im bereich der fernwärme bereits um 28 prozent die emissionen reduziert worden im bereich der stromkosten um 20 prozent da haben wir auf 19 grad runtergekühlt letzten winter auf 20 grad aber das sind natürlich alles dinge wo man gemerkt hat hey es geht wir können unseren energieverbrauch reduzieren und das versuchen wir jetzt schritt für schritt weiter beizubehalten dann wird in den letzten fünf jahren im schnitt jedes jahr ungefähr 150.000 euro investiert in umstellung der beleuchtung auf leds dieses jahr gibt es jetzt sogar noch eine sonderinvestition von knapp einer viertel millionen natürlich kann die ganze arbeit nicht einfach eine ag machen die zwar teilweise in der arbeitszeit arbeitet aber teilweise ist das auch ehrenamtliches engagement und deswegen hat sich die theaterleitung jetzt tatsächlich überzeugen lassen erstens mir eine weiterbildung als transformations managerin nachhaltigkeit in der kultur zu finanzieren vor allem ja und sie werden quasi ab herbst eine 50 prozent stelle einrichten für eine transformations managerin die ich übernehmen werde um genau diese arbeit in sachen nachhaltigkeit wirklich zu professionalisieren dass es wirklich menschen gibt die arbeitszeit haben um sich darin zu engagieren um dieses thema wirklich ernst zu nehmen zusätzlich gibt es noch eine mitarbeiterin unseres kaufmännischen geschäftsführers die ist charlotte straubinger die hat einige bereiche aber auch nachhaltigkeit und ist da auch gerade sehr sehr engagiert und dann haben wir tollerweise noch einen antrag bewilligt bekommen von der klimaschutzstiftung baden württemberg wo wir auch in ein programm kommen sozusagen inzwischen schon ein fortgeschrittenes programm einer beratung und workshops für nachhaltigkeit am staatstheater und ansonsten versuchen wir gerade maßnahmen zu entwickeln wie wir unser publikum dazu bewegen können noch mehr mit dem rad zu fuß zu kommen mit öffentlichen verkehrsmitteln oder fahrgemeinschaften zu bilden weil das sind immer noch 47 prozent unseres publikums die trotz öpnv ticket was im kartenpreis integriert ist die immer noch mit dem auto kommt würdest du auch sagen das ist die größte herausforderung oder gibt es da noch andere themen die irgendwie schwierig sind am theater die größte herausforderung ist sowohl das publikum als auch die mitarbeitende mitzunehmen also dass das eben nicht beschneidungen und verbote sind sondern dass man eigentlich tolle anreize schafft dass man momente schafft in denen die menschen sich eben auch gut fühlen weil alle menschen wollen sich gut fühlen also man nennt das so selbstwirksamkeitserfahrung das funktioniert meistens über eine gute kommunikation und möglicherweise anreize warum es eben toll ist und man stolz auf sich sein kann wenn man nicht mit dem auto in die tiefgarage gefahren ist hättest du auch ein besonders schönes beispiel das vielleicht am staatstheater umgesetzt wurde und das man vielleicht als best practice beispiel nennen könnte naja wir sind noch dabei wir haben viele tolle sachen entwickelt wir haben zum beispiel jetzt festgestellt wenn wir die mülltrennung etablieren wollen müssen wir am ende anfangen das heißt wir müssen die tonnen so stellen dass quasi alle menschen die müll in die tonnen werfen ist auch die richtige tonne wirft damit es dann auch entsprechend entsorgt wird sozusagen also dass der gemischte gewerbe abfall auch wirklich als gemischter gewerbe abfall entsorgt wird und dann rückwirkend quasi in die büros und in die gänge gehen und dann den müll trennen das gibt ja immer wieder rückschläge im moment müssen wir eben mit alba überlegen was jetzt wirklich in diesen abfall reinkommt um das umsetzen zu können wir sind eben schritt für schritt dabei ich habe auch diese weiterbildung gemacht als transformations managerin und da hatte ich eine ganz tolle arbeitsgruppe von fünf menschen und wir haben uns eben sehr sehr tolle maßnahmen überlegt zum beispiel eine mobile fahrradgarderobe mit solardach die begrünt ist und die ladestation für e-bikes hat die wir gerne auf den vorplatz stellen wollen wir wünschen uns natürlich eigentlich im begrünten vorplatz ein garten wo initiativen zusammenkommen wo menschen sich treffen auch im sinne der sozialen nachhaltigkeit und all diese dinge nur wir sind eben schritt für schritt dabei das umzusetzen die letzte frage ist ziemlich schwierig wie würde denn für dich ein wirklich nachhaltiges theater aussehen gerade auch in bezug auf die produktion naja das theater wäre im besten fall wir befinden uns ja mitten in einer baustellung nach nachhaltigkeitskriterien saniert es wird wohl tatsächlich jetzt ein solardach bekommen was lange in frage war aber im schönsten fall wäre das dach natürlich auch begrünt und die fassade begrünt inzwischen gibt es auch solarpaneele die man auf grüne dächer oben drauf tun kann das wird wahrscheinlich nicht passieren das wäre vor dem theater ein riesiger paradies garten in dem menschen sich treffen können all das ist natürlich nicht geplant vor allem ist das nicht geplant weil unter dem haus eine tiefgarage ist und wir so viele parkplätze zuvor vorhalten müssen das würde sich aber natürlich dadurch ergeben wenn die zuschauenden alle mit dem fahrrad zum theater kommen werden oder mit dem öffentlichen nachverkehr zum theater kommen würden das wäre natürlich sehr sehr schön wir würden schritt für schritt jedes jahr sieben prozent unserer energie einsparen und immer weiter momente finden wo wir das können um irgendwann auf einen net zero standard zu kommen um möglichst wenig energie zu verbrauchen und wir hätten natürlich ganz ganz tolle materialkreisläufe in denen nichts weggeworfen wird und für diese materialien also schon alles so bauen dass das material weiterverwendet werden kann nicht blöde verklebt wird wir hätten einen tollen digitalen fundus wo wir mindestens in baden-württemberg unsere möbel unsere kulissen unsere kostüme weitergeben können also im kostümfundus funktioniert das haus intern schon sehr gut aber eigentlich würden wir versuchen möglichst eine tolle kreislaufkultur in baden-württemberg das sage ich wegen der transportwege damit man nicht zu weit transportwege hat zu etablieren und wir würden natürlich darauf achten dass niemand zu viel arbeitet niemand frustriert ist wie auf gute arbeitszeiten und auch auf selbstwirksamkeitserfahrung in der arbeit achten ja anna das war super spannend vielen dank ja machen jetzt weiter mit unseren kultur tipps für den mai und zwar der erste kultur tipp für den mai dürfte filmfans freuen das docker filmfestival kurz dokumentar filmfestival karlsruhe findet jedes jahr und dieses jahr von 8 mai bis 12 mai in der kinematik statt seit seiner gründung hat sich das festival zu einem bedeutenden treffpunkt für filmemacherinnen filmfans expertinnen aus aller welt entwickelt das besondere am docker filmfestival ist seine vielfalt hier werden filme aus verschiedenen genres und themen bereichen gezeigt von sozialem politischen dokumentation bis hin zu umwelt und naturfilmen das festival bietet eine plattform für die wichtige gesellschaftliche fragen aufgreifen und zum nachdenken anregen neben den filmvorstellungen gibt es auch zahlreiche begleitveranstaltungen darunter diskussionsrunden workshops und seminare die es den besucherinnen ermöglichen sich intensiv mit den themen der filme auseinanderzusetzen und mit den filmemacherinnen in kontakt zu treten das docker filmfestival legt auch großen wert auf nachhaltigkeit und umweltschutz es setzt auf umweltfreundliche praktiken bei der organisation und durchführung des festivals und sensibilisiert seine besucherinnen für die bedeutung von umweltschutz im filmemachen insgesamt ist das docker filmfestival eine inspirierende und bereichende veranstaltung die nicht nur kineastische highlights bietet sondern auch zum nachdenken und diskutieren anregt es ist ein unverzichtbares ereignis im Karlsruhe kulturkalender also wenn ihr fünf fans seid oder einfach nur neugierig auf spannende einblicke in die welt des dokumentarfilms dann solltet ihr das docker filmfestival vom achten bis zwölften mai auf keinen fall verpassen einzel tickets und festivalpässe könnt ihr online oder an der abendkasse kaufen mehrere infos findet ihr unter www.docker.de mein erster kulturtipp ist heute etwas ziemlich besonderes für unseren kulturcafé kranz denn wir begeben uns heute raus aus Karlsruhe erstmal auf eine virtuelle reise wir nehmen die schwarzwaldbahn und kommen dann unten am bodensee raus in konstanz seit dem 20 april ist da unten nämlich die große landesausstellung welterbe des mittelalters 1300 jahre klosterinsel reichenau zu sehen und zwar ist das im archäologischen landesmuseum und auf der insel selber und gemacht wird die aber vom badischen landesmuseum und das hat ja eigentlich seinen sitz in Karlsruhe im schloss dieses große jubiläum führt eben dazu dass es eine große landesausstellung unten am bodensee gibt wer von der klosterinsel reichenau vielleicht noch nicht so viel gehört hat das ist ein ganz besonderer ort der sogar zwei unesco welterbe titel auf sich vereint einmal ist eben das ganze kloster unesco welterbe und die handschriften die die mönche in dem skriptorium im kloster angefertigt haben sind eben besonders prachtvoll besonders wertvoll und deswegen auch unesco welt dokumenten erbe das ganze könnte jetzt hier erleben und zwar einmal natürlich auch digital mit einem guide den ihr euch von hier anhören könnt oder ihr schaut einfach mal im schloss karlsruhe dabei da findet nämlich eine sogenannte korrespondenz ausstellung statt unter dem titel nur beten und arbeiten werden da noch mal ganz neue blicke auf die sammlungen aus dem bereich mittelalter des badischen landesmuseums im schloss geworfen es geht eben um aspekte klösterlichen lebens und auch um eben das leben auf der reichenau und da könnt ihr euch sozusagen ein bisschen auf den besuch vorbereiten oder nachbereiten oder auch einfach hier mal was über das mittelalter lernen ermessigt kostet das ganze sechs euro normal acht und wenn ihr richtige sparfüchse seid dann könnt ihr vielleicht mal am freitagnachmittag reinschauen denn da ist der happy friday in den karlsruher museen und der eintritt ist kostenlos mehr erfahrt ihr unter www.landesmuseum.de also mein nächster kulturtipp bezieht sich auch auf eine korrespondenz ausstellung in der badischen landesbibliothek mit dem titel alte bücher neue inspirationen künstlerische blicke auf die reichenauer handschriften die korrespondenz ausstellung die von 15 mai bis 14 september läuft öffnet ihre türen mit einer feierlichen eröffnung am montag den 13 mai um 18 uhr die ausstellung ist eine einzigartige gelegenheit um zu erkunden wie schrift tinte pergament und die gestaltung von reichenauer handschriften zeitgenössische kunst inspirieren 13 vielversprechende nachwuchskünstlerinnen und künstler haben ein jahr lang intensiv mit dem bestand der reichenauer handschriften gearbeitet und entwickelten künstlerische antworten die die aktualität dieser mittelalterlichen schätze natürlich unterstreicht die reichenauer handschriften eine der bedeutendsten sammlungen mittelalterlicher schriften in den sammlung der badischen landesbibliothek dienen als quelle der inspiration für eine breite palette von künstlerischen ausdrucksformen von zeichnungen und gemälden über installation bis hin zu textil performance und konzeptkunst bieten die arbeiten der künstlerinnen und künstler ein facettenreiches spektrum an interpretationen die besucherinnen und besucher sind herzlich eingeladen mit den werken in einen dialog zu treten sie zu hinterfragen und die relevanz der mittelalterlichen handschriften auf neue weise zu entdecken die ausstellung präsentiert arbeiten von talentierten künstlerinnen und künstlern wie zum beispiel lilly arnold er le blume jule doll und noch einigen weiteren die korrespondenz ausstellung ist teil wie julia schon gesagt hat der großen landesausstellung 2024 nämlich eben welterbe des mittelalters 1300 jahre klosterinsel reichenau und steht während der öffnungszeiten der badischen landesbibliothek frei zugänglich für die interessierte öffentlichkeit verpasst also nicht die gelegenheit dieses faszinierende zusammenspiel von geschichte und zeitgenössischer kunst zu erleben weitere informationen und begleitveranstaltungen sowie die öffnungszeiten findet ihr im veranstaltungskalender und unter www.blb-karlsruhe.de mit meinem zweiten kulturtipp da bleibe ich auch ehrlich gesagt ganz einfach bei einem thema das wir ja eigentlich jetzt schon oft gehört haben und zwar geht es immer noch um die klosterinsel reichenau und ihr jubiläumsjahr dieses mal gehen wir aber ins general landesarchiv ich weiß nicht wie viele von euch sich damit ein bisschen auskennen oder schon mal dort waren das general landesarchiv verwahrt ganz viele daten und akten und unterlagen die in zukunft irgendwann mal oder auch heute schon für die menschheit spannend sein könnten herausfinden aber nicht nur dass in regelmäßigen abständen finden im general landesarchiv in karlsruhe auch ausstellungen statt und eine solche gibt es eben jetzt passend zur reichenau unter dem titel spurensuche eine kriminalitätsgeschichte der reichenau gibt es sozusagen einen exkurs ins true crime genre das passt deshalb auch super gut weil im general landesarchiv in karlsruhe auch die unterlagen aus dem kloster reichenau aufbewahrt wurden und archiviert wurden und da finden sich eben richtige offizielle urkunden aber auch zeugnisse des alltagslebens basis für diese krimi ausstellung ist nun das sogenannte malefizbuch das klingt ein bisschen nach märchen es geht aber um kriminalfälle und zwar etwa 150 stück aus den jahren 1450 bis 1590 das ist nicht nur kriminalistisch spannend sondern erzählt uns natürlich auch super viel drüber wie früher recht und gerechtigkeit aussahen was als verbrechen galt und was eben nicht ergänzt wird das ganze daneben mit weiteren objekten zum beispiel aus der hinrichtungsstätte zu allensbach da geht es dann wieder eher um die frühe neuzeit und eben weiteren gegenständen aus dem themenbereich recht und gerechtigkeit das ganze kann man sich anschauen regelmäßig gibt es auch kuratorenführungen und vorträge oder man kann auch online diese ausstellung anschauen die objekte und das ganze bei freiem eintritt mehr erfahrt ihr dazu unter www.landesarchiv-bw.de so dann komme ich nun zu unserem nächsten tipp und der hat jetzt nichts mehr mit der korrespondenzausstellung zu tun und auch nichts mehr mit mittelalter sondern eben mit dem jakobus theater hier in karlsruhe das jakobus theater führt ab ersten juni besonderes theaterstück auf nämlich venedig im schnee es ist eine komödie von gill direct und inszeniert von holger metzner die handlung entführt euch in die skurrile situation von patricia die von ihrem streitlustigen freund zu einem abendessen mitgenommen wird bei dem sie niemanden kennt entschlossen den ganzen abend kein wort zu verlieren wird sie von den gastgeberinnen fälschlicherweise für eine ausländerin gehalten doch anstatt die verwechslung aufzuklären steigt patricia voller perfider freude in das spiel ein sie erfindet eine fantasiesprache und erschafft ein fiktives kriegsgeplagtes heimatland namens schovenien als ihr die gastgeber geschenke für die vermeintliche not leidende bevölkerung ihres heimatlandes aufdrängen spielt sie enthusiastisch mit und animiert sie zu immer neuen guten taten doch bald gerät die situation außer kontrolle und das vermeintliche spiel droht zur tragödie zu werden venedig im schnee verspricht euch einen abend voller lachen aber auch nachdenklicher momente werden die charaktere in einer absurden welt aus lügen und missverständnissen eintauchen taucht ihr ein in diese amüsante komödie und lasst euch von den turbulenten ereignissen mitreißen zu sehen ist das theaterstück ab 1 juni im jacobus theater im theaterhaus an der kaiser allee mehr infos und tickets erhaltet ihr unter www.jakobus minusteater.de mein letzter kulturtipp ist ja wirklich ein kulturtipp und kein veranstaltungstipp denn ich möchte euch heute noch ein bisschen unser theaterland vorstellen von dem haben vielleicht manche von euch noch nicht so viel gehört das theaterland ist ein ganz besonderes konzept es ist nämlich ein theater start up das wir hier in karlsruhe haben und zwar befinden die sich auf dem gelände des alten schlachthofs also auch so richtig mitten im innovationszentrum der stadt und das theaterland das ist ein netzwerk aus verschiedenen theaterschaffenden die sich zusammengetan haben um eben ein besonders breites angebot im bereich theater auf die beine zu stellen gedacht ist es also sozusagen auch für für gruppen wenn man jetzt zum beispiel für eine schule oder für eine sonstige gruppe auch mit erwachsenen jemanden sucht der ein theaterprojekt durchführt um zum beispiel ja eben einerseits wenn man wirklich was im künstlerischen bereich machen will oder andererseits auch einfach um persönlichkeitsentwicklung zu machen und fähigkeiten wie rhetorik zu trainieren oder selbstbewusstsein oder auch für team building maßnahmen dann kann man super das theaterland nutzen und da einfach mal anfragen und die stellen dann sozusagen genau für euch ein spezielles angebot zusammen das kann sowohl klassisches theater sein es kann aber auch mit musik zu tun haben mit tanz mit puppenspiel das heißt der kreativität sind hier keine grenzen gesetzt und ihr findet auf jeden fall für jeden belangen euren richtigen ansprechpartner ansprechpartnerin im bereich theater zusätzlich gibt es immer mal wieder auch festivals oder events die eben auch für die öffentlichkeit gedacht sind da könnt ihr auf der homepage dann immer auf dem laufenden bleiben und es gibt auch seit diesem jahr einen spielclub für jugendliche wenn ihr da also jemanden kennt der interesse hat in so einer gruppe mitzumachen da trifft man sich dann einmal wöchentlich und arbeitet auch ein bisschen an einem stück nähere informationen zum theaterland findet ihr unter www.theaterland.de so das war es auch schon wieder mit unserem kulturtalk und den kulturtipps für den mai wir bedanken uns bei euch dass ihr uns mal wieder zugehört habt und wünschen euch auf jeden fall eine schöne zeit einen schönen start in den frühling und sommer und dann hören wir uns nächsten monat wieder bevor wir uns aber verabschieden noch ein ganz kurzer hinweis es lohnt sich in der zwischenzeit mal auf www.kultur in karlsruhe.de reinzuschauen denn dort könnt ihr wie immer auch noch was gewinnen und zwar könnt ihr dieses mal dabei sein bei einem ganz besonderen event nämlich bei der langen nacht der brauereien in karlsruhe die jetzt das erste mal veranstaltet wird am 7 juni wird das ganze dann stattfinden und ja gewinnen könnt ihr die sogenannten stempelkarten mit diesen stempelkarten könnt ihr in sechs verschiedene brauereien gehen die veranstaltungen anbieten und ihr bekommt auch ein super stylisches probierglas noch dazu ihr könnt euch also durch verschiedene biere probieren und gleichzeitig aber auch super viel lernen über die brauerei kultur in karlsruhe und die verschiedenen häuser es verspricht auf jeden fall ein super spannender frühsommerabend zu werden also macht noch bis zum 31 mai mit und seid dann hoffentlich dabei wenn ihr in der zwischenzeit noch lust auf mehr kultur news habt dann schaut auch gerne mal bei instagram rein kultur in karlsruhe oder abonniert unser newsletter über unsere homepage also dann ich glaube das war es jetzt wir hören uns ende mai bis dann bis nächsten monat tschüss kultur kaffee kranz ohne kaffee dafür mit ganz viel kultur auf campus radio karlsruhe 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 Vielen Dank.